Die HCMW-Mobil-App, dein Studienguide im Hosentaschenformat. Die neue HCMW-Mobil-App ist da. Hier findest du alle Informationen rund um dein Studium. Bevor du startest, lade dir die HCMW-Mobil-App kostenfrei im Apple oder Google Play Store herunter. Richte dir die Startseite nach deinen Bedürfnissen ein. Über die sechs anpassbaren Widgets kannst du schnell und direkt auf die wichtigsten Funktionen zugreifen. Gestalte dir mit Hilfe der Einstellung die HCMW-Mobil-App ganz nach deinem Geschmack. Es gibt neben einem hellen auch ein dunkles und fünf verschiedene farbliche Designs. Zudem kannst du deine Sprachbefreunds einstellen und Funktionen aktivieren wie deaktivieren. Probiere es aus und finde heraus, welche Einstellungen zu dir passen. Auf der linken Navigationsleiste findest du alle wichtigen Informationen zu deinem Studium. Dazu gehören der Campusplan, die Kontaktinformationen, der Mensaplan und ein auf dich zugeschnittener persönlicher Bereich. Orientierung auf dem Campus der Hochschule Midweida ist mit der HCMW-Mobil-App ganz leicht. Nutze dazu einfach den Campusplan. Mit dem neu gestalteten Campusplan findest du die Vorlesungs- und Seminarräume ganz schnell. Du möchtest zu deiner Dozentin oder deinem Dozenten Kontakt aufnehmen? Dann nutze dazu das optimierte Kontaktverzeichnis. Es zeigt dir alle Kontaktmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule Midweida an. Du wirst wissen, was es zum Mittag in der Mensa zu essen gibt? Unser detaillierter Mensaplan zeigt dir eine große Auswahl an Essen, welches jeden Studientag für dich zur Verfügung steht. Um deinen persönlichen MyHSMW-Bereich nutzen zu können, logge dich mit deinem Hochschulzugangsdaten ein. Der Studienguide ist dein digitaler Wegweiser. Hier findest du auf dich zugeschnittene Informationen rund um deinem Studium. Zum Beispiel siehst du deinen persönlichen Leistungsüberblick. Mit der optimierten Notenanzeige hast du den Durchblick, welche Module erfolgreich absorbiert wurden und welche noch zum Bestehen sind. Außerdem werden dir passende Beratungs- und Hilfsangebote angezeigt. Übrigens kannst du über den Studienguide auch direkt Kontakt zu deinem passenden Ansprechpartner aufnehmen. Hier sind alle Kontaktinformationen mit einem Klick aufrufbar. Wenn es mal richtig klemmt und du brauchst schnell Hilfe, dann schau unter SOS nach dem passenden Ansprechpartner. Die HSMW-Mobil-App ist dein Studienguide im Hosentaschenformat. Date dir jetzt deine neue HSMW-Mobil-App herunter und vereinfache dein Studienleben.